Hallo, ich bin's, Pädobär. Nicht Spaß, Leute. Moin, Leute. Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Oh, hallo, dass ihr alle eingeschalten habt. So, lasst uns alle knuddeln. Äh, ja. Und willkommen zu meinem neuen Embleme-Video. Na, dankeschön, Pädobär. Und da sind wir schon bei Ombre 01 mit seinem wunderbaren Titten-Emblem. Schaut euch diese fetten Dinger an. Also, die sind auf jeden Fall gemacht. Richtig geile Melonen. Oh, links und rechts, Digga. Oh, heiß, heiß, heiß. Wow, das sieht aus wie so ein komischer Falke. Guckt ihn euch mal an. Er chillt ein bisschen. Hier, voll gechillt. Sieht so aus wie so ein Adler, oder? Wenn man mal ein bisschen kreativ ist. So, Marco Polo. Wer war eigentlich Marco Polo? War das nicht dieser komische Feldherr aus Frankreich? Bin mir nicht sicher. Oh, je, oh, je. Ein Tannenbaum, den man fürs Auto anhängt. Und da gucken wir, was wir noch haben. Ein Leiter plus Auto gleich Liebe. Warte mal, was bedeutet das? Leiter plus Auto? Hm, vielleicht wird Montana Black 88 das selbst beantworten. So, gucken wir mal. Hallo, willkommen bei Lava Lichter. Lecker. So, heute gibt es eine Buttersüppchen mit einer Petersilienbutterwurzel und einer Schmankelsüppchen auf einer Süßebremme mit einer Kartoffelcreme-Kartartörtchen auf einem Schokoscheißer. Mua, 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 Alphonsor. Ja, ha, 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 ha. Jo, okay. Spaß beiseite, Leute. Wow. Marius Mark 1904 haben ein Drachenauge gemacht. Schützt die Delfine. Auf jeden Fall. Mahogene. Da muss ich dir recht geben, die Delfine sind vom Aussterben bedroht, weil immer mehr Thunfischfischer, ne, weil immer mehr Großkonzerne und immer mehr Leute diese Tiere jagen, weil sie angeblich den Schwanz nach oben stehen lassen in China und so. Naja, was soll man machen? So. Homo. The Dr. The John. Wusste ich gar nicht, dass du homosexuell bist. So. Was haben wir denn da noch? Monty Druffy. Habe ich damals immer mal geguckt, ab und zu. Heute gucke ich das ja nicht mehr. Seel. Ah, ein Penis. Herzlichen Glückwunsch. Aus Spider-Man kennen wir schon. Der verkuckste. Also, da hat mal einer geschrieben, Leute. Es gibt wirklich Embleme, Leute. Muss man ganz klar sagen. Also, es gibt noch schlimmere Embleme. Ich weiß natürlich, manche Embleme sind einfach kopiert. Das ist alles wahr, aber es sind trotzdem sehr schöne Embleme. So. Aber wir haben auch noch die letzten Spieler. Und die können wir uns auch nochmal anschauen. Like. Aha. Da haben wir Angie Bird. Dome Bringles. Und was haben wir da noch? Oh ja. Das ist cool. Ja, das kennen wir auch schon. Ach, das ist nicht so. Das ist jetzt ein bisschen langweilig hier. Android. Das ist doch cool. Paule. Pikachu. Pikachu mit einer Maske. Oh je. Dragon Catalan. Atomzeichen. Sag nein, so Atomkraft. Oh, das sieht gut aus. Schönes Emblem, muss ich sagen. Super Mario. Einmal nicht vollgekifft. Und das sind die ganzen Embleme, Leute. Ich sag jetzt auf jeden Fall mal ciao. What the fuck. Äh. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. Auf der Playstation 3. Und. Hau rein. Bis dann. Ciao. Und wir sehen uns. Warte mal, wo ist eigentlich mein Emblem? Ach, da unten. Ja, ja. Da. Schön bunt. Ich hab mich ein bisschen von der Bravo inspirieren lassen. Ihr kennt ja alle die Bravo. Hab ich einfach mal diesen bunten Schriftzug genommen. Und jo. Egal jetzt. Hau einfach rein. Bis dann. Bis dann.